Cremst du dich im Sommer eigentlich ein? Ich werde eingecremt mittlerweile. Welcher ist dein Lieblingsmuskel? Der Brustmuskel, würde ich sagen, ja. Was ist dein Lieblingsessen? Es gibt zu vieles. Käsebrot. Nie wieder Supplements oder nie wieder Hähnchenfleisch? Nie wieder Hähnchenfleisch. Passt du eigentlich vorwärts durch die Tür oder musst du seitwärts gehen? Kommt auf die Tür drauf an. Beende den Satz, muss nicht schmecke. Muss wirke. Wenn du dir einen anderen Spitznamen als The Freak geben könntest, wie würdest du dich nennen? Der Liebenswerte. Du als Fleischliebhaber, wie würdest du reagieren, wenn deine Tochter vegan leben möchte? Absolut okay, wenn sie das möchte. Es ist meine Tochter, egal was sie macht.